Hallo? Ist hier jemand? Oh Oh nein, alle tot Ich frage mich, was das für eine Rüstung ist, die man aufladen kann Wenn dann sollte man eine Rüstung machen, die nie kaputt geht Dafür aber auch nie aufladbar ist Komisch Ich kenne mich auch mit dem Spielkommen aus Anders im Gale Habt ihr das gesehen? Äh Ich hatte ja übrigens einen Skill Das hat keinen Rückstoß Sieht aus wie die MP5 Aber mit Kanatenwerfer Ich will den Spannungszimmer Ich will den Spannungszimmer Hier... Ich bin ganz schmiedig Aber ich bin ganz schmiedig Ich will diese scheiß Revolver-Munitionen. Sollte ich mal lieber mit dem Revolver schießen, der so cybermäßig aussieht. Der sieht jetzt cool aus der Revolver. Der hat fast COD-Style. Aber doch fast. Ne, jetzt muss ich wieder den Wagen anhören. Hey, komm her! Mein Wagen brauche ich. Ich brauche meine Schickelkarre. Den ganzen Weg zurücklatschen? Wo habe ich den stehen gelassen? Hey, komm her! Was? Was? Gib Gas! Ich gebe Gas! Ich gebe Gas! Und jetzt ist Saving Time! Jetzt kommen da doch die Knaller dahinten! Was? Was? Zurück mein Schätzchen! Zurück! Ich stehe jetzt selber wirklich auf, damit es sich immer noch schwerer ist. Ja! Alles klar, Schätzchen! Los, Luisa! He, he, he! Äh, weiter geht's! Na, was war denn hier los? Ein Haus-Party! Haus-Party! Hält! Zurück! Ach ne, das war die Scheiß-Rovere-Munition, die ich nicht aufnehmen konnte! Ach ne, das war die Scheiß-Rovere-Munition, die ich nicht aufnehmen konnte! Hallo? Hallo? Hallo... Die Viechers sind leicht zu besiegen als die Menschen! Die halten wie bes 결FeF маг. Die Menschen ja! Leco?! Aaaaahhhhhhh! Piss Dich! ... ran 손... eine... getränkt bitte die Kuh das führt das Leben ja auf das ist ja Kuh da der Kuh für das Leben ich hätte gern ein Schoko Eis wir verkaufen die neue Saft ich will Schoko Eis wir verkaufen die neue Saft ich will Schoko das ist da ich bin Mr. Freeman Boxes warte hier TÜH die bräunig die 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 Das ist so einfach. Geht's ja auch nicht. Boah, der hat einfach nur ausgesplattert. Boah, jetzt hast du nix mehr zu sagen, ne? Zu rennen, du. Freeman. Ach ja, da ist ja unser Dings dahinter. Schluck die Granate, du Sack. Das ist echt. Zeit! Für den Flüchteautomaten. Ich will Schoko... Na, du Kackkopf! Ich will Schoko-Eis. Ich will Schoko-Eis. 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 Schoko-Eis! Was? Kein Schoko-Eis mehr? Kein Schoko-Eis... magic 3- Schoko-Eis.